So, ähm, diese Mission, die habe ich vergessen, es scheint aber fast dieselbe zu sein wie vorher. Ähm, finden unter oberen Sie den Burn-Off, davor man eintreft, lenkt es ihren Zug der Reihen. Okay, ist im Prinzip dasselbe Ziel, nur eine andere Vorgehensweise. Will ich aber trotzdem zeigen, damit ich auch alles mache, bevor die andere Mission kommt, die wir schon freigestaltet haben. Neue Baumöglichkeiten werden gebaut. Gut, das würde ich einmal mal aufhören. Dann gucken wir jetzt erstmal hier unten. Wir sind ganz unten rechts und es geht natürlich nach oben links höchstwahrscheinlich. Bau abgeschlossen. Warum würde ich mal hier aufhören? Neue Baumöglichkeiten. Mal sehen, was diese Mission zu bieten hat. Auf jeden Fall nicht so viele Einheiten am Anfang wie in der anderen Mission. Da gab es ja eine Menge Verstärkung am Anfang schon. Aber wenn es hier genauso wenig Angriffe gibt, dann bin ich sehr zufrieden. Das war ja sehr angenehm vorhin. In der anderen Mission. So, ganz viel Tiberium. Das sieht doch ganz gut aus. Zwei. Zwei. Oha. Drei. Drei. Drei von diesen Versorgungsstäben. Hoffentlich wird es keine riesige Mission. Ich dachte, das wäre nur eine kurze. Mal gucken. Drei von diesen Versorgung. Ich glaube, wir können mehr ausrichten. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Neue Baumöglichkeiten. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Neue Baumöglichkeiten. Okay, es geht gar nicht nach oben. Cool. Daneben nicht. ein bisschen geht es schon ich würde dieses schild gerne mal lesen aber man kann hier leider nicht rein zoomen wie bei command konga chennaw es geht schon nach oben aber hier ist eine station die kann man aber reparieren ich glaube das mache ich erstmal nicht nur wenn ich später mal eine alternative route brauche und suche dann weiß ich ja dass es hier weitergeht also alles cool und reich erstmal hier kommt kein gegner durch noch nicht noch mehr tiberium ich glaube es nicht es könnte richtig schwer werden die mission wenn so viel tiberium da rumliegt bau abgeschlossen so neue baumöglichkeiten wollen wir erstmal noch zwei zusammen noch kein gegner in sich das ist irgendwie verdächtig ich will mir doch gleich mal die einzelne ziele anzeigen lassen ich weiß nicht genau was ich machen muss finden erobern sie den bahn noch bevor umegangen den zug und kommen kann sollte man sich gesteigen wurde und dann muss der zuge stoppt werden bevor er den sektor verlässt zerstören sie die lokomotive um es scheint doch eigentlich ganz einfach zu sein genau wie in der folgenden mission es kommt halt wieder nur darauf an nicht entdeckt zu werden nehme ich mal an aber ich sehe keine türmobil vorhin die wir schon entdecken ok wieder nur ein ausgang scheinbar hier nach links und nur über die brücke oder was das wäre natürlich scheiße ich mag keine brückengänge da kann man so leicht erwartet werden einheit bereit sammler der sich selber sammelt wahrscheinlich war klar ok nur über diese brücke und diese auch noch zerstört oder was oder was ne die ist ganz immerhin da warte ich jetzt aber vorher so und du stellst dich am besten irgendwie dahin da wirst du glaube ich gut positioniert vielleicht auch hier ich glaube das ist eine gute idee die mission könnte interessant werden es kommt kein gegner ist aber immer wunderbar schon mal ich glaube die artillerie kann mehr nebel freischalten als so ein kleines nock not ich werde auch diesmal wieder nicht irgendwie verteidigungsmaßnahmen ergreifen groß denn wenn man hier nur so ein kleines stückchen hat und angegriffen werden kann dann hat es keinen sinn es geht echt nur darum dass die verteidigen wenn ich da durchkommen muss zu Oma Ghan sollte damit auch gelingen einheit bereit ich kann es auch mal sammeln am besten auch noch hier ich bekomme erstmal das Feld abernten und dann kommt das dann und irgendwann brauche ich wieder sieben, ich weiß schon das regt mich so auf das regt mich so auf das regt mich so auf ein schöner Wasserfall, der gar nicht fließt einheit bereit so, schon mal 3 von den Teilen mach doch erstmal das Licht da weg viel zu hell hier viel zu hell hier viel zu hell hier die 2 sind groß weg damit die Laterne ist schon sehr widerstandsfähig ich habe gerne viel Platz hier da kann ich meine Truppen besser sammeln und jetzt ist das toll, alle 3 wollen sie ne der nicht, der sammelt noch hier wird es jetzt fast lohnen noch eine Raffinerie zu bauen einheit bereit aber mache ich nicht dafür ist die Mission zu kurz hier kann man echt seine Truppen aufbauen, sammeln und dann losstürmen so eine typische bauen und angriffsmission bloß nicht nachdenken einfach tun so warum fährt er jetzt außen rum anstatt oh man Sammler und Intelligenz das hat doch nie zusammengepasst oh wieder keine Buggys bitte die sind so schlecht die sind erstaunend schnell hier mit dem Feld einheit bereit ich dachte diese Stereo hier ist ein bisschen produktiver und eigentlich könnte ich jetzt auch die Geschwindigkeit erhöhen wenn ich eh nicht angegriffen werde erstmal speichern davor natürlich und dann kann man das ratz ratz machen einheit bereit einheit bereit oh jetzt kommen sie kaum mache schneller ich glaube es nicht einheit bereit die haben das irgendwie gecheckt einheit bereit aber dank meiner geilen Artillerie bin ich ein bisschen geschützt ey kaum mache schneller kommen sie einheit bereit so ein Witz die wissen genau was ich tue die sehen mich ich gucke mich mal ganz unauffällig um ob hier irgendwie eine Webcam gibt einheit bereit die könnten wir gar nicht wissen die einheit bereit wissen die nicht das war nur Zufall obwohl ich nicht an Zufälle glaube einheit bereit einheit bereit oh kack einheit bereit wow ok das war scheiße das ist ja hart jetzt kommen sie aber richtig hart einheit bereit wieso gehen die jetzt plötzlich so auf Angriff über das ist unerwartet einheit bereit waaah ich kann meine Truppen gar nicht aufbauen wenn die ständig kommen einheit bereit mann vielleicht sollte ich ein paar Laser-Türme bauen das mache ich wenn es jetzt nicht funktioniert ich habe ja dann noch mehrere Versuche offen einheit bereit oh ich muss bauen wird gebaut komm vielleicht lass mich schon einmal mal in Ruhe ein bisschen jetzt kommen die mit Schwebepanzer ich glaube nicht einheit bereit da habe ich ja gar keine Chance weil der Wald brennt der Wald brennt einheit bereit eine ganze Menge Feuere einheit bereit ok das wird nicht einheit bereit ne ne von ganz weiten können sie nicht schießen und meinetleute tun aber nichts einheit verloben ich möchte das Shortcut wissen dann die sie selbst verteidigen einheit verloren ich kenne es ja leider nicht einheit verloren Einheit bereit Das wäre das hier gar nicht mal so schwer. Oh shit, jetzt kommen die Titans. Das hier ist eine harte Mission. Und ich baue natürlich wieder nichts, glaube ich. Ich muss jetzt einfach mal durchgucken. Der kann schon einmal Opfer. Einfach mal gucken. Wo es hier so rumgeht. Na gut, da habe ich schon ein bisschen was gesehen und eine ganze Menge Einheiten. Ist das schon immer gern? Ne, die sind nur irgendwelche Mutanten. Einheit bereit. Einheit verloren. Ach du Kack. Ich habe ja gar keine Chance. Ich kann meine Truppen gar nicht aufbauen. Irgendwann ist die Zeit um und dann habe ich verloren. Einheit bereit. Wie ich es liebe. Einheit verloren. Einheit verloren. Nicht. Zu wenig Geld. Überhaupt nicht. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Glaub ich jetzt zumindest. Glaub ich jetzt zumindest. Es wäre natürlich wieder so eine Sache, dass ich die Hilfsmission, die ich eigentlich gar nicht brauche, Einheit bereit. Einheit bereit. Dass ich die dann nicht hinkriege. Ist ja schon mal fast passiert. Einheit bereit. Das habe ich ja ewig gebraucht. Über so eine lächerliche Mission. Einheit bereit. Einheit bereit. Zeit läuft. Fuck. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Jetzt kommt da auch noch. Was steht da? Unleicht wurde geordert. Geschätzt angucken. Zehn Minuten. Okay. Ich verloren habe ich vielleicht noch nicht. Dann muss ich es halt noch erwischen. Nee. Geht nicht. Dann kommt das Flugzeug. Und das kann ich gar nicht erwischen. Okay. Wir müssen angreifen. Wir müssen es versuchen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht klappt. Einfach mal probieren. Hier runter. Einheit bereit. Wenn ich wenigstens wüsste wurde. Zuteil ist. Ich baue vielleicht mal so ein Ding. Vielleicht brügt es ja irgendwas. Ups. Ich habe einen Schraubrad besucht. Irgendwie ist alles. Ja. Keine Ahnung. Die Karte ist nicht sehr groß. Ich habe kein Geld. Was soll. Jetzt habe ich plötzlich kein Geld mehr. Weil die nicht oben sammeln. Oh. Ich glaube nicht. Wie dumm können die Leute sein hier. Sammler und Intelligenz. Ich sage es immer wieder. Nicht vorhanden diese Intelligenz. Oh nee. Ich muss hier durch. Ich weiß schon. Ich sehe es kaum. Ich muss mitten durch. Die grösste Verteidigung. Die es je gegeben hat. Und die gehen noch alleine hin. Viel Spaß. Ich freue mich gern noch durch. Ich muss einfach mal gucken. Wo der Bahnhof ist. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Bauen wir mal kurz das hin. Das bringt mir gar nichts. Zu wenig Energie. Vielleicht brauchst du ja Energie. Wird gebaut. So. Ich gehe mal nach oben. Ich glaube oben ist gut. Einheit verloren. Vielleicht aber auch nicht. Einheit verloren. Was ist das für eine Zivilistin? Den kann ich eh. Bau abgeschlossen. Hier. Ist das der Bahnhof? Ja. Das ist die Bahnstation. Einheit verloren. Ich habe sie gefunden. Aber ich kann sie nicht zerstören. Ja. Cool. Ah. Ich habe eine Karte. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Einheit verloren. Ich weiß wo die Bahnstation ist. Aber ich habe noch zu wenig Einheiten dafür. Das ist viel zu groß die Verteidigung. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. So klappt das noch nicht. Aber ich denke mir noch was aus. Das versuche ich dann. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich meine es ist schon mal gelb geworden. Einheit verloren. Einheit verloren. Das gilt nicht. Die verarschen mich. Und wieso gehen die jetzt hier hin? Warte Kack. Und jetzt kommt. Fickt euch. Jetzt habe ich gar keine Chance. Ich kann die. Was. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach ich kann die Basuka Infanteristen. Kann ich die? Okay. Immerhin habe ich eine Chance dagegen. Aber das ist total gemein. Einheit verloren. Das gilt nicht. Da kommt der Zug. Ja, ich habe verloren, ich weiß. Ich will es mir trotzdem mal kurz angucken, was passiert. So verloren. Hab ich eigentlich normal gemacht? Ja, hab ich. Oh nein. Ich habe es doch fast zerstört, ich würde mal schon sagen. Habe ich jetzt schon verloren, oder? Eigentlich habe ich ja noch 5 Minuten Zeit. Hilfe! Ich bin tot. Noch 5 Minuten. Jaja, so weit. So lange kann ich gar nicht mehr leben. Weil die Sammler so blöd sind, wie sie dieses Feldmisch mitgenutzt haben. Beim nächsten Mal baue ich 2 Raffinerien. Einen hier unten, einen hier oben. Jaja, sie droht zu entkommen. Und ich drohe zu verlieren. Zu sterben. Einheit bereit. Genial. Ja, immer wieder dasselbe. Der erste Versuch liegt voll in die Hose. Der zweite klappt dann aber meistens. Dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Nehme ich hier hin. Und was auf mich zukommt an den Gegnern. Noch 4 Minuten. Jaja, ja, ja. Oh, ich hab schon gesagt. Ein Satz fehlgeschlagen. Wieso habe ich jetzt schon... Ich hab... Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Es waren noch 4 Minuten. Die verarschen mich am laufenden Band. Ja, die Sequenz kenne ich schon. Ähm. Ja, ich mach jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut. Ich bin Sam. Und tschüss. Ich bin Sam.